Ja, ich hab schon gemerkt, das Bild ist echt, das ist echt kacke. Oh, meine Maus ist da geworden. Oh nein, aber Mentu. Ich hab vorhin schon meine Kamera bestromt, damit die nicht aufgibt. Ah, du nimmst mit Gesicht auf. Ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich es nehmen kann. Das, ähm, ich hab keine, keine weitere Lichtquelle gerade. Und immer wenn ich hier... Neo nicht, ich sterbe wegen dir. Oh, oh, ah, ah, ah. Ich hab' fast nicht das Mann. Ich hab' ein Schüsse. Alles cool, hey, 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 Freestyler. Cool, 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 ich bin so Innocent. Ich bin mein Neo, ich bin mein Neo. Dann schlachten wir jetzt die anderen ab. Haha, ne, ich weiß schon, wer ist denn der Innocent? Komm mal da oben. Mentu und Neo, das sind die zwei. Hux er dir an. Ne, halt, das kann ja nur noch einer von beiden sein. Töne dich, einfach gegenseitig. Genau, Mentu spring du gerade mal runter, Neo du auch. Ich will, ich will grad... Ich hab keine Munition mehr. Guck mal, wer da rumsteht. Warum treff ich dich nicht, Mentu? Ich weiß, ich kann keine Munition mehr. Ich bin eh Innocent, ich kann dir einen Screenshot senden. Nein, das ist Neo! Ich kann dir einen Screenshot, Innocenten. Okay, warte. Das ist Neo, fuck. Oh nein, nein, und ich komm runter und lad nach. Oh mein Gott, ich bin echt der Beste. Ey, na, was habt ihr mir doch eingestellt, du hier Schweine? Oh Gott, ich glaub, der Neo ist es. Ich dachte, ich krieg keinen Fallschaden, weil ich mir auch voll Fallschaden bekomme. Die Kravate war von mir, sorry, sorry. Die ist einfach voll runtergeflogen in die Mitte, Entschuldigung. Ey, Freestyler, Team. Falsch. Ey, Freestyler, wir kennen uns nicht, okay, Junge? Wolle ich sie erstmal kurz ein bisschen höher stellen. Wenn ich sterbe, ist es ne Mentu. Oh, ich werde angeballert. Ich bin nicht mal in deiner Nähe. No, jetzt ist er eindeutig... Also, ich hab Mentu gesehen, Mentu hat tatsächlich nicht geschossen. Jetzt ist er eindeutig 200. Ne, ich glaub, ja. Hab sie den. Oh, schau, wie auf... Er hat mich angegriffen, ich musste mich wehren. Und er auch, er hat mich auch angegriffen und ich musste mich wehren. Hier liegen überall Leichen, Mentu, ich hab ein bisschen Angst. Ja, ich hab auch Angst, jemand killt uns alle hier. Das ist bestimmt der Neo. Bestimmt, ich seh den Neo, ich seh den Neo, ist da unten. Ey, schieß doch schon wieder auf uns, der Neo. Ich seh's genau. Ich spür's genau in meinem Auge, wie die Kugel darin steckt. Nee, aber ich komm nicht wohnen. Okay. Warum wird auf mich geschossen? Halt du auf mich schießen. Ich hab nicht auf dich geschossen, es kam von außerhalb. Nein, ich hatte nicht geschossen. Ich kann dir sogar... Ich hatte voll... Doch, er hat geschossen, doch, doch. Nein, hab ich... Doch, doch, doch. Ich weiß auch ganz genau, von wo er geschossen hat, der Lustige. Es ist sicherlich Mentus Frau gewesen. Der lustige Mentus Frau. Was, bin ich verheiratet? Einer Transe? Nein, mit einer lustigen Frau, die der Frau heißt. Ah, mit Nachnamen, der. Oh, wer hat er da gerade eine Granate geschmissen? Ich hab's genau gesehen. Oh, ich hab's genau gesehen, Freestyler. Oh, 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 oh. Wer mit ins Gesicht gibt, aua. Oh, Freestyler-Post, Bruder. Du, Freestyler, ein Meister an der Schrotstilte. Hätte ich ihn gekillt, dann hätte ich wahrscheinlich verloren. Hätte ich ihn gekillt, dann wäre jetzt tot. Ich schieße die ganze Zeit nur daneben, kein Treffer. Oh, jetzt habe ich scheiß Karma. Warum gehen so viele alte Menschen im Internet verloren? Weil sie alt und entfernen und rücken. Ah. Mentu, du, du altes Schlitzer. Mentu, du bist ein Schlitzer. Genau, wo bist du? Ich will mit dir Tee machen. I'm versteckelt. Right now. Ich bin bei einer Leiche. Ich liege hier bei einer Leiche. Ich stehe bei einer Leiche. Das war, er war ein, ein, ein innocent Terrorist. Alles klar. Ein unschuldiger Terrorist. So, Sau. Das muss man den Ambis mal erzählen. Die Amerikaner sind doch alle unschuldige Terroristen. Neo, ich habe auf dich geschossen, aber cool bleiben. Das war nur ein Testschuss. Mentu und Neo stehen da und zielen auf mich. Ich habe eine Shotgun. Kannst du trotzdem treffen. Oh Gott. Ach, ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist. Guck mal, Kennex, komm, wir schleichen. Aus und Neonat. Aber Kennex, mach mal die Schrottwände weg. Ich habe ein bisschen Angst. Warte, äh, Wabas jetzt. Kennex, Kennex. Okay, okay, okay. Warte, ich schieße mal drauf. Vorsicht, geh mal zur Seite. Oh shit, wir sind gefangen. Wenn sie von vorne kommen, machen wir sie fertig. Guck mal, da ist schon der Smoke geworfen. Oh Gott, Kennex, hier wende. Ja, habe ich dafür geworfen. Ach so, sehr gut, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt gefistet. Nein, nein, ich kann das auch. Falls du Traitor bist, Kennex, bring mich bitte nicht hier oben. Das war unangenehm, hier unten zu sterben. Ähm, ich schieße dich um. Ah, ich weiß schon, wo ihr seid. Nein, Mentu, nein. Ich weiß schon, wo sie sind. Sie sind ganz unten. Das kann nicht sein. Ich habe zu Kennex gerade eben gesagt, bring mich bitte nicht hier oben. Warte, 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 warte. Hier oben auf dem Flugzeug. Feuer, Granate. Kennex, du warst auch innocent. Oh Gott, ich hätte gar keine Angst haben müssen. Ja, mein Bomber ist explodiert. Wenn das so gut leuchtet, kann der Traitor die Tür öffnen. Jetzt nicht mehr. Und wenn die geöffnet ist, wie weit muss man entfernt sein, dass man nicht auf die Nuss... Oh mein Gott, die Tür ist auf. Oh, klar. Nein, Killer. Hallo. Nein, Killer. Mentu, alles gut. Du bist ja eingesperrt. Ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Das war die Traitor-Tür. Nein. Der hat den, der hat den, der hat den einfach schwerer. Dieses verkackte MG, wie es nach oben zielt. Wir stehen da und die Tür geht einfach auf. Weil, der wird dann rausgesaugt. Guck mal, wie die Leiche rausgesaugt werden. Whiii. Powercraft ist auch rausgeflogen. Wie geht die Tür jetzt? Geht die Tür jetzt hier in irgendeiner Art und Weise auf? Nein, die Tür geht gar nicht auf. Das ist ja, ihr seid da drin, jetzt eingesperrt und müsst sterben. Aber in dem Aufzug ist auch noch eine Falle, die ich aktivieren könnte und dann wieder auch sterben. Oh mein Gott, mein Gott, du bist so ein Grief der Schlawiner. Kommst du mal kurz bitte zu der Tür? Nein, ich komme nicht zur Tür. Im Moment, du kommst du mal kurz raus, aber ohne Waffen. Die ist sowieso zu, komm doch mal her. Ich will mal kurz was ausprobieren. Du willst doch die Tür durchschießen, Kennex, oder? Mit der Bumme versuchen. Ne, ich will mal kurz was ausprobieren. Okay. Also ich bin gleich, ich bin gleich vor der Tür. Das ist gut, dann treten wir ganz nah an die Tür ran, bitte. Na ja, mach. Du willst schon durch Regieße, Kennex, du bisschen Schlawiner. Ich will mal was ausprobieren, ganz ehrlich. Ja, ne. Weil das Spiel ist doch manchmal ein bisschen buggy. Vielleicht ist das ganz kitzig. Ja, nur mal probieren. Alter, nur mal gucken. Ach, scheiße. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja, 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 ja.